So meine Damen und Herren, willkommen mit dir jetzt zurück zu eurer ersten oder sonstigen Folge von Ultimals Shack'n Horse. Ja, bei mir ist es nicht die ganze erste. Hier mit Element. Bei mir schon. Element, das erste Mal, bei mir glaube ich die dritte oder vier Folge. Gleichzeitig bin ich gerade noch im Stream, also falls scheiße ist, dann tut es mir leid, deswegen ist es auch noch, nehmen wir die Musik an und wir sind einfach hier eine Multalfabrik. Jetzt, bei anderen glaube ich noch drauf gemusst. Ne, ich kann zuerst mal, hast du noch eine Fliege nicht angezogen? Ich mag das nicht, ich bin kein Fliegendtyp. Okay. Dann fällt mir ein Tanzen. Tanzen! Party-Modus! Party-Modus, ganz krass, wie wir wissen das Spiel nicht erwiesen, wie es richtig funktioniert. Natürlich, irgendwie müssen wir erst mal hochkommen, ach, das war ja das, was... Ah, genau, das war ja das, was... Ja, wollen wir es mal mit in den Fahrstuhl... Hä, what the fuck? Äh... Ich dachte, man darf nur einmal was auswählen. Ja... Ist Party-Modus, deswegen doch mal... Oder weil wir zu wenig sind? Äh... Äh... Oh... Superstart in den Park, Alter! Nein! Äh... Äh... Ja, ich hab's geschafft! Moment, für mich, für mich! Äh... Stiefel für Eichen! Wieso gibt es schon so viele neue Runden? Nein! Nein! Das muss natürlich so sein! Hm... Also, es war die ganze Zeit ein bisschen knapp! Ich fern's hier ne Runde! Der passt nie zu dir, der ist so süß! Hui! Du bist ein Nesliga-Bastard, so! Äh... Hä, was, hallo? Was? Bist ein werbefreundlicher! Werbefreund... ach so, ja, stimmt! Ne, warum hast du jetzt die Bombe gewählt? Da frage ich mich auch gerade! Ne, das stimmt nicht! Ja, den Blocker oben! So, ganz wichtig! Äh... Muss natürlich überall... Hier! Ach so! Ja, extra, ja! Ja, komm, kleben wir mal! Lass mal so ein fettes 3er-Teil irgendwo dran packen! Äh... Oh, komm! Hier auch mal kleben, warum nicht? 3.0! 4.0! Easy! Haha! Schau mal wie einfach du... Hä? Oh, naja, stimmt! Das ist immer so asynchron! Also nicht wundern, wie ich mal in der Luft sein sollte, in der Luft springen sollte, das liegt ja immer daran, dass das Spiel so komisch asynchron ist! Ich bin froh, dass ich dieses Mal überhaupt was geschafft hab! Zu einfach! Keine Punkte! Ja, das ist immer so dumm, wenn wir zu zweit studieren! Das ist der neue Block! Was ist das? Das dreht sich, okay! Ja, das dreht sich halt, glaub ich, ne! Lass mal das hier drehen! Und jetzt kommt natürlich die extra Box! Oh, oh, oh! Meine! Komm, ich nehme mal die Münze! Äh, ich weiß, was mit dem passiert! Ich mach mal ein, auf wer zuerst und mal zuerst! Ich finde, ich bin jedes Mal mit Weers, äh, mit dem Faller zu spielen! Buh! Nein! Joooo! Oh, ich verlangsamt die Zeit! Ja, da sieht man es jetzt am besten! Bei mir ist er halt in dem Block drinne! Aber, wie gesagt! Es ist wegen dem Spiel so! Ja! Betrüger! Betrüger! Was soll denn das? So! Ehrlich, verdient! Die Runde! Ich komm, die weg! Weg, Box! Aber ich dachte, der regeneriert sich immer neu, der Block! Nee! Auf anderen Maps ist es richtig krank! Der geht dann, wenn er kaputt ist! Meins! Wenn wir uns anfingen, ist das doch eigentlich jetzt schon krank, oder? Die Runde! Ah, scheiße! Ich dachte, der kommt mit! Oh nein! Kleber! Jetzt erst mal eine kurze Studienfahrt nach Alaska! Shipping! Oh! Das war knapp! Viel zu einfach! Ich fahr jetzt erst mal eine Runde! Ich will die Münze haben! Kannst einmal eine Fahrstuhlmusik! Oh! Binde! Ja, komm! Komplett einfach, Mann! Wer ist dieser Man of the World? Ja, ganz ehrlich! Wer ist denn? Drück mal B! Drück mal B! Hast du... Das hast du jetzt gesehen, oder? Nee, nicht! Weil ich gerade das Spiel... Äh... Zeig das... Also online! Pssch! Pssch! Das sollen keine... Kunden aussagen! Kunden aussagen! Gibt es eigentlich noch... Der ist noch frei! Komm! Los! Noch eine Tür! Äh... Meine Maus geht nie! Nö! Hört man es wie sie bewegen, oder? Ja, man hört sie wie sie bewegen! Ja, man hört sie wie sie bewegen! Also hier wird vielleicht die Zeit ablaufen! Ich weiß nicht warum... Ja, du hast schon gesetzt! Ja, ich habe schon gesetzt! Bei mir... Keine Ahnung! Bei mir steht es hinten drin! Ja... Abstellen endet! Jetzt bin ich mal gespannt auf meine... Das ist Pro funktioniert! Ja, Mann! Das ist Pro funktioniert! Oh nein! Du hast es da gar nicht festgeklebt! Ja, gut! Wir sind beide gut! Erstmal weg damit, Alter! Erstmal weg damit, Alter! Ja doch, das nervt sich, Alter! Puff! Und kein... Honig mehr! Oh! Ah! Nein! Das ist ein Tanisch-Gerät! Und ich weiß, es klebt nicht fest, Leute! Ich weiß es! Ich bin schlau! Anscheinend! Nein! Komm, wir machen das einfach mal kaputt! Äh... ja! Ja, wie soll man denn da jetzt hochkommen? Oh! Ich hätte es fast... Ich hätte es sogar geschafft! Ah! Nein! Hahaha! Wie konnte es denn da drüber laufen auf einmal? Das... Ja, das... Das ist ja so wie in der Plattform! Die geht erst kurz weg! So, weg damit, Alter! Mach keiner! Wir müssen es hochschaffen! Ehrlich jetzt sein! Hahaha! Ja, wir kriegen doch bestimmt noch eine Bombe! Hör, da! Guck! Und weg mit dir! Drum, warum hast du das da unten platziert? Dann hätte ich das nicht wegmachen brauchen! Oh Gott! Ach du... Ich drück die ganze in die falsche Taste! Ah! Ja! Aber ich wollte gerade... Ich... Oh! Ich hätte fast die falsche Taste! Ah! 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 Habst du das gerade gesehen? Ich sehe bloß das... Weil mich gerade angeschrieben hat... Oh! Ich bin schon zum zweiten Mal wieder mit der größte Lappen einfach runtergefallen! Du... Lässt wirklich alles explodieren! Ja! Du sollst ja auch mal was gewinnen! Ja! Zum Start, oder? Das ist so langweilig! Mach keinen Spaß! Ja! Es ist halt mehr drauf platzieren sollen! Ja! Wenn du alles exponieren lässt! Ja! Ja! Wie soll man da was drauf platzieren? Ja! Aber ein bisschen fight machen wir dann... Nächste Part, oder? Genau! Weil... Ja! Oh! Oh! Tog mal! Ja! Da kommen wir gar nicht mehr durch! Haha! Doch! Lacker! Easy! Der ist so einfach dort der Weg, da ist aber auch kein Kleber mehr drauf, das ist langweilig Ja der Kleber, ja mein langweilig, ich hab ne Furze, was? Hallo Werbefreundlichkeit bitte! Ja, Kinderfreundlichkeit, ich weiß, ich bin Underdog, da kann ich auch schon wieder was sagen Das ist mir zu freundlich, deine Strecke hier, da muss irgendwas gemacht werden Nein, okay, das funktioniert absolut nicht Du es, du es! Ne, kriegst du nicht hin! Du kommst doch gar nicht mehr raus! Das ist jetzt die Challenge, da wärst du doch in den zwei Runden raus schafft So, weil ich die Bombe hab, jetzt wird's kaputt Und zwar... Jaaaa... Ziggy! Dein Falle im Bogen! Ich mach, ich werde, ich werde, ich werde das nicht kaputt machen! Ich würd mal gerne wissen, ob das hängen bleibt, lass das mal! Ja, lass weit da hängen! Ja, eigentlich schon, aber... Mach ich mal, der ist kaputt! Es ist doch scheißegal, wir kommen gar nicht mehr so draus! Keine Chance! Keine Chance! Ne, okay! Ja, gut! Das Ding müssen wir aber strengen, ist scheißegal! Selbst mit der Tür ist schon für uns zu schwierig! Letzte Runde! Es ist letzte Runde! Ja, kannst du dich nicht aufholen... Oh, was ist das? Papierflieger! Echt? Jaaa... Seit wann ist die so groß? Der ist neu! Ne, der Papierfliegerwerfer ist nicht neu! Ich find das... Ich glaub das... Ich hab's mir kleiner vorgestellt! Funktioniert das überhaupt, wenn ich das so gut ranklebe? Doch, bestimmt! Ah, jetzt kriegen wir nicht auf... Wow! Wow! Ja, komm! Warte mal! So! Ja, es könne klappen! Ja, es könne klappen! Der ist hochsprüßig! Aber ich kann's hier nicht platzieren! Also ich kann... Ja, es wird schwierig, das wird schwierig, aber es könne klappen! Warte mal, so ist es, glaub ich, besser! Oh! 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 Oh, ne! Oh, man! Wie lange habe ich jetzt überhaupt gespielt? Äh... 17 Minuten und 42 habe ich grad! Dann würd ich sagen, reicht das erst mal! Wir hören uns jetzt noch bei dazu! Für die nächste Runde... Du da bei, Alter! Genau! Alle, die bei mir zugeschaut haben, geht zu Enderman, abonniert ihn! Alle, die bei Enderman geguckt haben, schaut bei mir zu! Jeweiss auch auf Twitch-Kanal, wo beide sind jeweils unterwegs! Und dann... Leute, bis zum nächsten Mal! Sagt auch Menze und andere Enderman! Tschüss! Ciao! 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 Ciao!